Hallo, herzlich willkommen in meine Easy Sunshine Kitchen. Ich habe Tomaten geerntet aus meinem Garten und daraus mache ich jetzt eine ganz leckere Tomatensoße. Diese Tomatensoße benutze ich dann für Spaghetti, für Lasagne, für Girosuppe und als Pizzabelag. Ganz einfach zubereitet und ganz lecker. Dazu brauchen wir 3 Kilo Tomaten, eine große Paprika. Ich habe alles schon gewaschen und den Strunk entfernt. Dann brauchen wir noch 3 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Salz und 2 Teelöffel Pfeffer, 3 Knoblauchzehen, eine große Zwiebel, 200 Milliliter Öl und 450 Milliliter Tomatenmark. Als erstes gebe ich das Gemüse und die Kräuter in einen Mixer und periere es. An Kräuter habe ich Basilikum, Petersilie und ein bisschen Thymien genommen. Das Berührte kommt dann in einen großen Kochtopf. Und so verarbeite ich jetzt das ganze Gemüse, bis alles püriert ist. Nun kommen die anderen Zutaten auch noch hinzu. Nun verrühre ich alles schön und bringe es zum Kochen. Sobald es kocht, stelle ich es auf mittlerer Hitze und rühre zwischendurch immer wieder um. Und so lasse ich es dann eine Stunde köcheln. Zwischendurch bereite ich meine Gläser vor, die ich unbedingt sterilisieren muss, da sonst die Pizzasauce nicht lange haltbar ist. Ich wasche sie ganz normal mit Spülmittel aus, spüle sie gut ab und stelle sie dann auf ein Blech. Und so kommen sie dann in den kalten Backofen. Ich stelle den Backofen auf 180 Grad ein. Sobald er die Temperatur erreicht hat, stelle ich den Backofen aus und lasse sie drinne, bis ich sie brauche. Und die Deckel übergieße ich mit abgekochtem Wasser. Zwischendurch immer wieder schön umrühren, damit nichts anbrennt. Nach einer Stunde ist die Soße schön einreduziert und wir können sie jetzt in die Gläser füllen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil die Gläser sind noch heiß und die Tomatensauce ist auch noch richtig heiß. Deswegen vorsichtig die Tomatensauce in die Gläser füllen. Ich lege dann den Deckel auf die Gläser drauf. Ich schraube sie nicht zu, ich lege sie nur drauf und so kommt es nochmal in den Backofen. Dann stelle ich den Backofen wieder auf 180 Grad ein und wenn das die Temperatur erreicht hat, dann lasse ich es so circa 10 Minuten drinne. So kann ich mir sicher sein, dass meine Tomatensauce nicht schlecht wird und lange haltbar ist. Ganz heiß aus dem Backofen schraube ich die Gläser schön fest, also schön zu, so stark wie ich kann und dann sind wir auch schon fertig. Und ich habe Pizza-Soße, Tomatensauce, Spaghetti-Soße, alles in einem auf Vorrat. Also eine Portion ergibt dann 7 mal 500 Milliliter Gläser. Probiert es auch gerne mal aus und ich hoffe wie immer euch gefällt auch dieses Video und ihr lässt einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis bald. Bis bald, bis bald, bis bald.